dass ich die Chance hatte, dem Land zu dienen, das ich liebe. Einen Tag nach der Europawahl in Großbritannien hat die britische Premierministerin May nun also ihren Rücktritt angekündigt. Den Parteivorsitz gibt sie am 7. Juni ab. Als Regierungschefin will sie im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist. Jens-Peter Marquardt berichtet aus London. Jens-Peter Marquardt berichtet aus der Europäischen Union und der Streit in der Halper-Konservatiivien Möbelwagen. Jotka sitten asetetaan tähän muoviseen ääneen. Minkä takia tämä on sen näköinen, että hiiri on siellä? Kuten sanottu, niin tämä on todella surkea esimerkki. Eli tämä on vaan ihan näyttä, että ottaessa kulunut. Todellä noin, niin kuuntelikastain.